hallo herzlich willkommen bei einem neuen video wir sind heute wieder im it's 2 und wix im single player auf der 1.39 genau und ja wir fahren heute von hannover nach osnabrück wir haben ein kram geladen der hat 36 tonnen mit denen fahren wir jetzt auch nach osnabrück und ja da fahren wir jetzt los so wir können uns ja auch gerne mal von außen noch mal anschauen ja schon etwas schwerer last nicht wie sonst immer 18 tonnen last oder so sondern heute mal eine 36 tonnen last da müssen wir natürlich dann auch anders erfahrung genau ja wir sind in der 1.39 unterwegs das heißt wir können nicht im multiplayer spielen ja weil die 1.39 noch nicht final heraus sondern noch in der beta glaube ich ist die und es geht sowieso nicht weil wir dann zu hart legen würden im multiplayer genau deswegen im single player ja heute abend bin ich live auf youtube ich werde circa 20 uhr live sein genau da werden wir auch wahrscheinlich ls 19 spielen meis xxl wenn ihr mitspielen wollt bitte dran denken es ist es gab einen neuen patch im ls den 1.7.1 oder 1.7 den auf jeden fall downloaden genau da ist sind bloß bug fixes und für das alpine dlc wo jetzt dann kommt ja da ist schon vorbereitet worden damit es dann auch funktioniert genau aber das müsst ihr euch auf jeden fall downloaden den patch genau dann könnt ihr nicht morgen heute abend mitspielen ab 20 uhr bis circa 22 uhr werden wir dann ls 19 meis xxl wieder machen genau ansonsten wenn euch die videos gefallen könnt ihr gerne auch abo und like da lassen und die glocke aktivieren um nichts mehr zu verpassen ja wir haben jetzt mittlerweile schon 200 abonnenten geknackt jetzt geht es zu den 300 abonnenten wird zwar jetzt ein stück dauern aber ja das ist das nächste große ziel mal schauen wie lang wir von 200 bis 300 abonnenten brauchen wie viele tage besser gesagt wie viele monate genau ansonsten wir sind ja immer noch im single player unterwegs im nächsten video oder so werde ich auch mal mit mod zu spielen weil im single player kann man ja auch mods äh mit mod spielen mit mod lkw ist da werde ich mal dann jetzt schauen welche lkw so gut sind und so weiter und dann werden wir die mal in den nächsten videos fahren genau ja ähm am montag kommt dann auch wieder ein ls 19 video ja heute abend bin ich natürlich erstmal live äh am montag kommt dann um 16 wieder ein ls 19 video da weiß ich noch gar nicht was wir da machen werden das seht ihr dann im im video am montag ich weiß selber noch nicht mal was wir da machen und dann ist das genau denn die ausfahrt rechts du meinst rechts abbiegen so dann müssen wir einmal rechts abbiegen Erst schauen, dass kein Auto kommt, und dann rum hier. Ja, im Singleplayer ist es auch viel gechillter zum Fahren, da müssen wir nicht auf die anderen aufpassen, weil die fahren sowieso... Wow, was war das? Äh, die anderen fahren sowieso normal auf der Strasse, weil das ja KI ist. Die fahren sowieso auf ihrer Spur und so weiter, da müssen wir also gar nicht aufpassen. Im Multiplayer müssen wir da schon besser aufpassen, weil manche fahren halt im Multiplayer wie ich keine Ahnung was. Und da ist halt der Singleplayer auch besser dann. So. Ah, und ich muss noch mal schauen, wie ich die Unfälle auch rausbekomme aus der Singleplayer. Ja, das geht irgendwo mit einer Einstellung, glaube ich. Äh, das geht ja, damit es nicht so viele Unfälle gibt, oder gar keine, äh, und dass wir halt dann jede, ähm, ja, jede Tour ohne Probleme fahren können. Sonst müssen wir wieder so umfahren, von den Autos vorbeifahren, und das ist ja auch nichts in der Sache, deswegen, ähm, mal schauen, wie das rausgeht. Genau. Dann sind wir jetzt in Osnabrück, gleich. Einmal links rum, wie. 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 letzten video von Osnabrück losgefahren oder? Weiss ich gar nicht mehr aber ich glaube wir sind da losgefahren. So fährt der Bus? Perfekt. Dann einmal hier ruf. Der hat uns einen Hubschrauber geladen. Auch schön. Aber der wiegt nicht so viel wie der Kranu, die wir haben. So, dann einmal rum. Davon jetzt wieder eine rote Ampel. Da können wir hinrollen lassen. Okay, schaltet jetzt schön auf grün um. Das passt und jetzt sind wir schon da. Ja, dann würde ich sagen, war's das mit diesem Video. Ähm, heute Abend bin ich live. Hallo. Ja, heute Abend bin ich live. Ab 20 Uhr. Ja, am Montag kommt dann wieder ein neues Video. Und zwar ein LS19 Video. Um 16 Uhr. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.